hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge jump league wollte ich gerade sagen survival games auf dem funwelt mit dem jan und ich würde sagen wir beginnen die runde einfach mit dem zitat von fireball tv danilo 1607 ist ein hacker da hat er wohl recht wahrscheinlich oder und ich fange an mit baby ja gar nix gar nix ich fände es dem hacker hinterher ich muss jetzt irgendwo noch dahinter die kirche abcrabben sonst habe ich verloren ich gehe sie ich habe in der letzten runde habe ich ein triple geschafft die eisen zwei eisen okay ich laufe jetzt richtung richtung gehen ist einer mit einer weder ohne rüstung ich laufe jetzt richtung flugzeugfrag frau so aus also ich kenne es einer flugzeugfrag der eisenschwert der eisenschwert die musik kille die musik kille mich haben wo bist du okay den kill ich ja hab ihn habe in kein ding der konnte nix flugzeugfrag warte ich komme halt über den platz gelaufen ich bin halt da in der nähe nicht direkt dann sagt immer für irgendwelche scheiß mehr auf die kiste ja da war nichts mehr von schade war dabei hat er sich in der Prozent Prozent durch ein Spender seiner Luft rum und jetzt geht's wieder und ich sage mir auch wieder dahinter durch den Wald durch heißen schienes Zeug mit schacken wir haben es schon und da war ich eine schöne haarige Beine ach so nervt jetzt nicht machen mal jeder die Stühle hin gehe ich noch kurz darunter da ist immer eine hinter dem Bode drin die habe ich mir so langsam gemerkt die eine da ist auch noch irgendwo eine im Bode drin wir hätten letzte Runde echt aufnehmen müssen ja und er hat zu mir noch gesagt ich soll sie ja nicht aufnehmen gut bei mir war die Runde war so mittelmäßig ich bin dann kurz vor dem Deathmatch gestorben da war so ein blöder Bow Spammer und den habe ich dann am Ende auch gekriegt weil ich in den der hatte einfach in den items von einem toten Gegner habe ich dann mal Pfeile gefunden der hatte einfach gefühlt 50 Pfeile der hat er wahrscheinlich auch irgendwie aber das war abnormal der hat uns gegründet und hat rumgebrüllt oh warte da ist ein da ist einer der Doktor wo 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 der Doktor Crunch wo bist du der ist mit Eisenschwert und Leder ich frag dich wo du bist nicht äh bei der Farm ja da bin ich jetzt auch da bin ich jetzt auch ich bekam grad gehen andere ach ok ok geh weg geh weg geh weg geh raus hab ihn ich brauch aber ganz schnell Regeneration hast du irgendwie ein Regenerationstrank nein oder ein Heilungstrank nein aber ich hätte einen verbesserten Brust ne du hast Gold oder ja hab ich ich muss mir jetzt sneaker hier weil ich einfach nur 3,5 Herzen habe wo ist er denn keine Ahnung aber ich kann ich kann es nicht im Kampf werden was brauchst du ein Steinschwert? ich hab ein Eisenschwert ach so ok gut ah hier ein Heilungstrank nice ja gut dann kann ich jetzt den ganzen restlichen Scheiße rausschmeißen das brauchen wir nicht mehr ich hab 8 Eisen also die die passt du ich hab 5 jetzt hab ich 16 Pfeiler schon boge ne ich hab ne jetzt 19 Pfeiler Alter Achtung weil ich die Schläge gehört jetzt war ich ich bin runtergefallen ich hab da gerade einen Namen ge- ne hab ich nicht du hast haarlos alter du hast du haarlos oder bist du haarlos ne komm runter Jan lass zum Hangar aber ich glaub da ist der 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 lass den Professor Doktor klatsche ok da ist die Falle ausgelöst aber aber hier ist ne Kist ich glaub da war er schon ja hier die stehe eh so offensichtlich rum da geht eh ja Zweite hin ja 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 ach Siebe wer lebt denn alles noch dein ist ab also der Doktor lebt nicht rain fucked und schlafen ach so warte ich sick mich an ich sick so ich tät grad aus oh fuck sorry Jan hab dich geschlagen ja jetzt jetzt push 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 ja ich push dich ach fuck ich komm nicht hin die Sitz hat er von dir bekommen zwei ich hab dir noch mehr aufgeben jetzt aus Versehen weil ich dachte du bist grad noch dran guck mir den Weg abzuschneiden über die rechte Seite wenn er jetzt ich hoffe dass er jetzt darüber läuft er ist ins Loch rein er ist ins Lava gesprungen so ein Spacko ich hab was hab ich für den bekommen nicht viel aber lag noch Zeug für den rum ja da lag noch Zeug lass wieder zum Hangar zurück der hat er aussortiert ja fall mal 60 Sekunden ne das schaffen wir locker der hat er nämlich aussortiert der kleine komm schneller 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 jetzt mach ich nochmal triple oh baby triple man batman batman 99 farlex 003 also alles mitgenommen ja so viel gutes war das bis rosa hat er auch nicht so ein Opfer doch hier hab ich selber noch im Inventar äh was äh ja doch was hast du noch rotes vom Equipment ja du hast auch nichts schlechteres mehr was ich dir noch gebe kann fest ja also ich kann dir nichts mehr geben ähm aber Essen hab ich genug ja ich hab gar keine äh warte jetzt wo ist hier ne wo ist hier ne Ding ne workbench ja da ein Dings wo zu ist ooooh ach ist jetzt egal na einen Boga hab ich auch keine ich hab 19 Pfeile krass ich geh auf den da drüber warte lass die lass die beiden machen ne ne ich glaub mach da ich mach batman nur oh fuck da hab ich hier nix nicht ein Eisenschwert hab einen ok zack 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 und will jetzt nicht feilt ich bin voll am low wo ist hier ne Kiste wird mir echten gefeilt der ist hier keine Kiste oder ein workbench oder so ähnlich das gibt's hier nicht wir haben weh junge ja damit die runde jetzt nicht nehmen weil er beleidigt ist jetzt ist er beleidigt es hat sich mal schämt also gut ich würde sagen wenn euch die runde gefallen hat lassen und dann sehen wir uns beim nächsten mal du kleiner träge und tschau